Gucken wir doch noch mal. Zwei Wochen später. Nick und seine Kumpels haben das gute Wetter genutzt, spontan ohne uns weitergemacht und so einiges abgearbeitet. Unter Konstruktion ist soweit eingebaut. Die LED-Lichter sind ebenfalls eingebaut, damit man entsprechendes Licht hat. Vergongene Woche konnten wir bereits die ersten Scheiben einsetzen. Und wenn morgen früh das Wetter mitspielt, dann sieht es so aus, dass wir auch auf der gegenüberliegenden Seite die letzten Glasscheiben einsetzen können. Super, alles läuft nach Plan. Schöne Grüße. Am nächsten Morgen geht es auch schon weiter und wir sind wieder mit von der Partie. Unter den wachsamen Augen von Sonemann Moritz wird fleißig getackert. Was genau machst du da, Nick? Jetzt wird erstmal das Gummi aufgelegt, weil wir gleich die Glasscheiben auflegen wollen und für den Schutz bauen wir eben die Gummis runter. Außerdem sorgen die Gummibänder dafür, dass die Glasscheiben nicht von den Sparren rutschen und kein Wasser dazwischen eindringen kann. Sind alle Sparren mit Gummis versehen, geht es ans Glas montieren. Wir legen jetzt gemeinsam die Scheiben oben auf die Terrassenüberdachung. Muss ein bisschen vorsichtiger sein, dass uns die nicht kaputt gehen. Wie gesagt, viele Hände rasch das Ende. Die Eindeckung von Nick besteht aus 8 mm starkem Verbund-Sicherheitsglas. Die linke Seite ist mit 3,60 m, die rechte mit 4 m langen Scheiben eingedeckt. Doch beim Auflegen selbst sind nicht nur genügend Helfer und schnittfeste Handschuhe wichtig. Nick durchdrücken. Ja, super. Und langsam runter, langsam runter, Nick. Perfekt. Dass jeder mit anpackt und dass man darauf achtet, dass man in der Mitte nicht durchbricht. Dementsprechend sind die Anweisungen von jedem wichtig, darauf zu hören, was man sagt. Und dass wir das Glas passend oben aufgelegt kriegen. Als erstes wird die Glasscheibe auf die Fußfette gehoben. Das nimmt schon mal viel Gewicht runter. Nun kann man sie gemeinsam auf die Wandfette, in Nicks Fall, den Giebel heben. Nick durchdrücken. Die Scheibe muss vorsichtig in der Luft gedreht und auf den Gummiprofilen abgelegt werden. Auch wenn es kein Hexenwerk ist, Geschick und Kommunikation sind dennoch sehr wichtig. Nachdem alle Glasscheiben aufgelegt sind, kümmert sich Nick um diese Schienen. Diese werden, sollen, ja was denn, Nick? Die Schienen legen wir jetzt auf, die mittleren und Außenschienen, damit das Glas entsprechend auch befestigt werden kann. Nur um deinen Fragen, das ist ein bisschen heftig. Die Antwort ist eigentlich ganz einfach. Die Schienen, die dichten ab. Ja, weiß ich doch. Aber die halten das Glas doch auch fest, doch nicht. Genau, um das Glas zu fixieren, dann haben wir die Abholzschwecke montiert, damit das Glas nicht... ...nach vorne wegwandern kann. Dann läuft die Scheibe sozusagen gegen. Also Nick, deine Chance. Wofür sind diese Verlegeprofile? Wir haben jetzt nochmal die Verlegeprofile draufgelegt. Und hinten mit dem Abruatschwinkel, dass das Glas nicht rausrutschen kann. Dementsprechend einmal an der Außenkante und an den Mittelprofilen haben wir diese eben aufgelegt. Super, danke. Man darf nur darauf stehen, oder? Im Anschluss geht es für Nick auf das neu geschaffene Dach. An einigen Stellen haben sich die Gummidichtungen verdreht und müssen nun begradigt werden. Wenn sie nicht flach auf dem Glas aufliegen, besteht die Gefahr, dass Wasser zwischen die Glasflächen läuft. Während Nick sich um die Gummidichtungen kümmert, baut sein Kumpel die letzte Unterkonstruktion für die Abschlusskante der Terrasse. Fertig Ein paar Tage später ist auch die Terrasse selbst endlich gepflastert. Zusammen begutachten Nick und seine Frau das Gesamtwerk. Also wir nutzen die Terrassenüberdachung eigentlich seit dem ersten Tag. Ist natürlich genial, bei Sonnenschein sich da unter das Abdach zu setzen. Unser Garten sieht noch aus wie Kraut und Rüben. Das stört mich persönlich eher weniger, aber die bessere Hälfte hat es natürlich dementsprechend gerne bepflanzt. Aber wir haben uns eigentlich seit dem ersten Tag unter die Terrasse gesetzt. Der Grill ist natürlich schon direkt angeschmissen worden. Und ja, ist schon ziemlich perfekt, so eine Terrassenüberdachung zu haben. So Nick, wie ist dein Resümee? Würdest du es nochmal selber machen oder lieber machen lassen? Also ich persönlich hatte wirklich Respekt davor, eine Terrassenüberdachung selber aufzubauen. Wenn ich jetzt nochmal wirklich, und wir haben jetzt letztendlich ein Haus gebaut, guckt man immer auf die Kosten, muss man eben mal schauen, wie es geht. Und ich würde im Nachhinein es genau so wieder machen, weil da natürlich schon einiges an Ertrag hängen bleibt, wenn man diese Sachen eben selber macht. Wir haben hier mit Sicherheit eine Menge Arbeit reingesteckt. Es ist einfacher zu sagen, lass die Jungs von Städter kommen, die sind Profis. Wäre mit Sicherheit auch einfacher gewesen. In diesem Fall bin ich aber wirklich gut und zufrieden damit, dass wir es selber gemacht haben. ...